Mahlzeit, guten Tag, ich bin der Udo, Nachname Eisenhauer. Ich fahre jedes Jahr hier zum Training, um die Werdermannschaft neu kennenzulernen. Ich fahre mit Mainz-Zwart, Tempo 100, über die Autobahn, mache eine Zwischenübernachtung im Raum Ingolstadt, fahre dann den Rest und bin dann immer nächsten Tag so um die Mittagzeit hier in Zell. Das mache ich seit vier Jahren, fühle mich hier pudelwohl. Die Inzeller kennen das Auto, die Fans kennen das Auto. Bisher bin ich zufrieden, ich bin der Meinung, dass der Baumann einigermaßen gut eingekauft hat. Ich hoffe, dass ihnen noch zwei gute Einkäufe gelingen und dann sollte Werder besser abschneiden wie in den letzten Serien. Man lernt hier so viele Werder-Fans kennen, man lernt so viele Freunde kennen. Ich bin hier voll zufrieden. Ja, liebe Leute, und dann werdet ihr staunen. Ich bin gestern rübergefahren nach Grasau und habe mir dort noch ein Zimmer besorgt. Das heißt, ich fahre von hier aus nach Hause, werde meine Sachen neu ordnen und werde mich dann wieder in meinen kleinen Smart sitzen und an Schiemensee fahren und werde dort die Werder-Fanschaft neu beobachten, nachdem mir der Trainer versichert hat, dass alle Spieler, die zu zweien abgestellt sind bei den Nationalmannschaften, dass sie wieder da sind. Und wir werden dort ein super Training erleben. Ich bin gespannt, was daraus wird. Das ist gestern. Untertitelung des ZDF, 2020